Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part der Let's Play Xenoblade Chronicles X. Ich bin es, Adam Smith X. Ihr merkt schon, ich liebe es in Spielen, wo man hüpfen kann, auf Köpfe drauf zu hüpfen, auf Menschen drauf zu hüpfen. Ich finde es immer super. Ja, beim letzten Mal sind wir in die Stadt New Los Angeles bekommen, die wir hier von oben sehen. Wir sind im Verwaltungsdistrict und wollen uns hier erstmal registrieren. Beim letzten Mal haben wir eine kleine Tour hier durch die Stadt bekommen. Und die liebe Lin, die 13-Jährige, hat sich hier uns ja angeschlossen. Ähm, immer einen gescheiten Kämpfer, den haben wir jetzt dabei hier. So, so in etwa. Und nun würde ich sagen, äh, gehen wir rechts müssen rein, habe ich irgendwie gehört, oder? So, warte, ist ja auch schade, ich dachte, wir können da direkt rein. Ähm, wir müssen zumindest, oder, warte mal, irgendwas mit rechts habe ich noch mitbekommen. Entschuldigung, schon wieder nicht gescheit aufgepasst. Ähm, das Tor geht doch auf, oder? So, wenn nicht, muss ich halt meine Waffen auspacken. Egal, dann gehen wir halt da nicht lang. Dann schauen wir uns einmal kurz um. Wir haben ja, äh, erstmal hier unsere ersten kleinen Schritte hier gemacht. Und ich denke, nachdem wir uns angemeldet haben, wird erstmal gar nicht viel Zeug haben. Und ihr seht schon, diese schönen Mechons, die überall rumstehen. Mit, äh, ein, mit wirklich hier ein wenig Furcht schaue ich die mir immer gerne an. Level 2. Äh, speziell weiß ich nicht, auch seinen Zugriff verweigern. Oh, schade, warte mal, ich, ich will doch eigentlich mit dem Typen hier reden, oder? Geht das nicht? Schade, okay, dann kann ich nicht mitreden. So, äh, wie steigern wir unsere Mechanik, wäre erstmal interessant. Weil wir hatten ja schon ein paar Kisten, die wir hier mechanisiert haben, aber mehr konnten wir bis jetzt noch nicht machen. Wer bist du? Die Regina. Wir verkaufen hier ungewöhnliche Funde, die mein Mann von seinen Missionen mitbringt. Er ist Partfinder. Partfinder? Und stoppe, und, äh, bei seiner Arbeit wieder über das Kurze. Ne, die meint schon Partfinder. Keine Ahnung, ist zumindest kein Partfinder, oder? Im Moment ist leider alles ausvergabt, also komm doch, bitte ein alles mal wieder. Mein Mann ist bestimmt bald zurück. Mit einer ganzen Wagenladung abgefahrener Fundstück, äh, du, da wirst du aus den, äh, Kampflatschen kippen. Hm, ja, ich hab schon alles gesehen. So, also hier sind die Shops, hier so ein bisschen der, der ganze Verkauf und alles mögliche, also, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, können wir da jetzt leider noch nichts anfangen. Ach, Leute, das Umsch... Ey, jetzt ganz ernsthaft, wir dürfen uns nicht so ablenken lassen. Erstmal, erstmal uns anmelden, registrieren und so, und dann würde ich sagen, kommt hier der Shoppingbummel. Dann werden wir erstmal fünf Stunden in den Shops rumstehen und sagen, oh, kann man sich leisten, kann man sich leisten, kann man sich leisten. Sehr cool. Und hier sind wir, die Blade Barracks. Und hier sind wir, die Blade Barracks. Ich finde, ich kann das answerieren. Also, du musst bist der lateste Reskült. Sekretär Nagi! Miss Kuhl. Chipper ist immer, ich sehe. Was kann ich sagen? Pep ist mein mittel Name. Ich bin mit Doug Barrett auf der Weg hier, und er war nicht so großartig. Was für heute? Nein, nichts zu beschäftigen. Gut, sicher, dass es so bleibt. Mehr als wichtig, Elmer, du hast eine andere. Excellent Arbeit da draußen. Ich mache meine Arbeit, Herr Sekretär. Jetzt. Wie bei der offiziell registriert unsere neue Bürger hier. Warum nicht wir in der Mitte sprechen? Es gibt viel Platz, es könnte ein bisschen Zeit nehmen. Ah, ja, natürlich. Entschuldigung, du musst dich aus der Stasis und dein Gehrein zurück zu uns. Bitte, nach dir. Ich gebe ein bisschen Tee. Alles Gute. Das ist das D 촉sort ganzen Nachdenken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Der Ende der Erde ist ein Kampf zwischen zwei Hyper-Advanced-Alien-Sivilisationen. Der Technologie und Weapons waren außerhalb unserer Kompréhension. Wir waren wie Kinder. Naked. Powerless. Die Erde wurde reduziert in Asch... ... und verletziert. Die Erde wurde weggebracht. Ich frage mich, wenn ich da nicht. Vielleicht hätte ich das alles gewusst. Niemand kann das wissen, Elma. Was wir wissen, ist, ohne dich, kein Projekt Exodus-Projekt. Und kein Weg für uns. Es war perfekt? Nein. Aber wir sind hier, und wir leben. Wir leben. So, ja. Projekt Exodus. Once we learned the Earth might be threatened, we needed a plan to preserve all her various lifeforms. That plan was the Earth-Life-Colonization Project, otherwise known as Project Exodus. Those of us who escaped on the White Whale spent over two years wandering in space. Two hard years. But we clung to our mission, find a habitable planet, and settle there. We had no idea how long it would take. We had no idea how long it would take. Or that the decision would eventually be made for us. The Xenoforms found us again, and... Well, it wasn't a happy reunion. Earth wasn't enough. They wanted humanity destroyed. For better and for worse, we were close to Planet Mirror when we lost control of the White Whale. Inertia and gravity took it from there. The ship had taken way too much damage to survive entering the atmosphere intact. We had no choice. We channeled all the power we had left to softland the habitat. Once the dust cleared, we set to work transforming it into its current state. Searching for survivors, establishing Blade, installing the provisional government. Basically, making it a sustainable city. Blade is an acronym. Builders of a legacy after the destruction of Earth. Quite fitting, I think. It's a relatively new organization. Up there in space, we had plenty of provisions. And a crew trained to handle the limited amount of situations we might encounter in our travels. But, of course, all that changed after we lost most of our ship and came crashing down here on Mira. We needed food, water, search and rescue teams, surveyors, police. The list goes on and on. It was too much for the provisional government to manage on its own. So Blade was born. The idea was to have one central organization with different disciplines to fill these various roles. Its core was pulled from the coalition military, so it's mostly former soldiers. But fighting isn't our most important duty. Right now, we have a single top priority that supersedes all others. The search for and recovery of the Lifehold. Take a look at this. The White Whale was designed to carry an exceedingly large number of passengers, all of them held in stasis. All housed in a structure called the Lifehold. This is a complete schematic of that facility. Only essential personnel were conscious and active for the journey from Earth. The flight crew, maintenance engineers. And, of course, some military so we could defend ourselves if necessary. But the vast majority were in the Lifehold. Are in the Lifehold. With any luck, they're all still there, in stasis, waiting to be rescued. But, there's a problem. We now know the Lifehold broke apart along with the rest of the ship when we came down on Mira. What we don't know is exactly where all the pieces landed. Not very comforting, I know. Blade's top priority now is locating the missing units. Ah, yes. All citizens of NLA are required to register their name, age, and occupation. We also ask you report any personal assets and take a short survey regarding your current state of health. All purely as a precaution. I'm sure you understand. As the caretakers of Humanity's survival, we all have certain responsibilities. And hey, it's not all bad. Registering gets you access to all kinds of public services. In any case, I'm sure this is all a lot to digest. You'll be wanting some time. Ms. Ku, even I'm tired of hearing myself speak. Why don't you take our guest out for some air? Perhaps a tour of the administrative district. Yes, sir. Come on. We'll keep this briefing brief. Okay, also, einiges haben wir ja nochmal erfahren. Nochmal hier alles rekapituliert bekommen, was, ähm, ja, hier mit der Menschheit geschehen ist. Gut, sehen die Dinge nicht so aus. Das muss man ja wirklich sagen. Aber, ich mein, also, ich find's schon halt hier lustig. Ich mein, wir sehen hier so viele Sachen, also, so, äh, um, also, so schlimm scheint es jetzt doch nicht zu sein. Also, es ist jetzt nicht, dass sie halt hier wirklich dann, keine Ahnung, mit einem Stein hier nur aufgewacht sind. Und das war's dir. Also, wirklich mit einer richtigen Lebensgrundlage sind sie hier, ja, runtergekommen. Und das ist doch was Schönes. Verlassen wir, äh, das Häuslein hier und schauen uns ein wenig um. Ah, ein Job. Was machen wir? Ich will, ich will, was will ich? Es gibt Fußballspieler. Haha. Ich will Fußballspieler. Oder, oder, Raumfahrkapitän werden. Aber, was ich angesehen, weil ich gerade richtig interessant finde, ist, äh, dass ich wirklich nicht weiß, wo dieses Spiel hingehen wird. Also, im ersten, also, ich sag immer im ersten, es ist ja nur ein geistiger Nachfolger. Dreh mal gleich weiter. Ich weiß, es ist nicht jeden Tag, wir sind zu lassen, dass ein Geistiger durch den Regierungsstruktur der Regierungsstruktur. Ja, Nagi muss wirklich, wirklich wollen ihn mit der Bläde. Die AD ist ein bisschen anders als die anderen Regierungsstrukturen. Es hat alles, was ein Bläde braucht, alles in einem Ort, ohne einen extraen Fluss. Das ist eine grobe. Durch das Gelfstub. Auch die Weise in der улиkstüren ist so cool. Oh ja, wer treibelt, Baby. Mm-mm-mm. I get so excited whenever I think about it. Originally, Scales were developed as a defensive measure to counter potential alien threats. It wasn't enough to save Earth, though. We were outnumbered and outgunned. Still, just look around you. New L.A. has gone from basically nothing to this in just two short months. We could never have come so far, so fast without Scales technology. I'd love to get you into one to see for yourself, but it's not that simple. Well, yeah, duh. For one thing, only blades are allowed to pilot Scales. And even then, you need a license. These aren't toys we're talking about. They're complex machines with powerful weapons. And they're a precious resource. We only have so many of them to go around. So yes, as you might imagine, the certification process is a fairly rigorous one. I'm sure you're thinking, where do I sign up for the test? But it's not that simple. They choose you, not the other way around. You can't just walk in the front door and volunteer. There is some criteria. The details are largely hidden, but basically, HQ only allows the cream of the crop to take the test. Blades who go above and beyond in their duties, and for the people of New L.A. in general. So what do you say? If you become a blade and work hard, I'm sure it'll only be a matter of time before they tap you on the shoulder. Speaking of work, that reminds me. Why don't we check out the mission control board first? That's where we take on our assignments. Good call. Let's head on over. So this is mission control. Wir haben noch nicht ein System des Dispatches, also Blades meistens wählen ihre eigenen Anwendungen. Jeder kommt hier und wählt von den Missions auf dem Board. Und das ist nicht nur die Veranstaltungen der Blades. Jeder mit einem Reaktion ist frei zu posten hier. Businesses, Bürger, jemanden. Ja, das ist wie alles in der neuen L.A. Also der Board ist immer wieder aufzuhalten. Ein paar Blades wird hier bei einem Moment in ihrem Veranstalt. Es ist wie unser zweites Haus. Sie werden immer ein paar Blades finden hier, auf die Steam oder auf die Mission-Kontrolle für ihre nächste Anwendung. Wenn ich mich bereit bin, werde ich hier zum ersten Mal schauen, für irgendwelche Anwendungen, die ich bereit bin. Insofern. Und wenn die Anwendung so schwer zu tun, das ist das für die Scout-Konsole. Wir sollten euch das nächste Mal zeigen. Hey, wer macht diese Tour? Wir haben auch die Scout-Konsole, wenn die Anwendung so schwer zu tun, wenn die Anwendung so schwer zu machen. Und... Elma hat das gesagt, nicht wahr? Und... Was ist das für die Wäste, wegen der Sphärische Geräte nicht wahr? Teich. ich bin... nicht wahr? Ich bin... Wenn das Fahrrad wird, die Fahrrad gehen zur Scout-Konsole. Sie wissen, um... zu werden. Wenn Sie uns mit uns zusammenhängen, Sie schnell verstehen, wie wichtig dieser kleinen Kiosk ist. Viele der Mission Control-Kontrollen sind zu viel für eine eine Blade zu beantworten. Sie versuchen, für viele Mitglieder mit spezialisierten Wissen oder gewählten Wissen. Diese Konsole lässt Sie suchen und rekrutieren andere Blades, um diese Räume zu beantworten. Sie können nicht die Blades ohne Team. Ein bisschen. Insofern ist es toll, oder? Also, Sie sind bereit, um sich zu beantworten? Warte, Linh. Mach es leicht, würde du? Was? Ich sage nur, du musst du eine Art von Blades sein, nicht zu beantworten. Oder vielleicht eine verrückte Person. Oh. Und hier dachte ich, Sie könnten uns zu beantworten unseren Gast. Entschuldigung. Ich sage nur, wie geht es ein bisschen zu kaufen? Und ich spreche nicht über die Sachen in der Kommerziale. Ich spreche über die Armoury Alley. Entschuldigung. Hey. Entschuldigung. Entschuldigung. Hey. Blades können die Arme von irgendwelchen von den Verwerben hierheraus. Ich bin nicht zu schuldig. Alle Blades befinden sich gefährlich aufgrund der Einfluss. Verhalten die gewissem Gäste ist nicht um zu empressen deinen Freunden. Das ist eine Sache von Survivalent. Das stimmt. Und das geht nicht nur für deine persönliche Armour und Weapons, was wir nennen, sondern auch für Schell-Equipment. Du kannst sogar Schell-Equipment kaufen. Kannst du dir vorstellen, zu eigener Schell-Equipment? Ah... Oh, genau, die Tür. Ich denke, alles, was fehlt, ist das Herz der Blades selbst. Blades Tower. Gut, jetzt darf ich auch mal wieder reden, nachdem wir uns hier 5 Millionen Sachen erklärt werden. Also, was ich noch mal sagen wollte, hier, ganz kurz zur Geschichte... Ach, da ist schon wieder der nächste Checkpoint. Na, da lassen wir uns ganz kurz sein. Äh, was ich noch nicht weiß, so ganz sicher, wo dieses Spiel hingehen wird. Also, im ersten Xenoblade war es ja, wie gesagt, ziemlich deutlich, wo es hingeht, Mechons Menschen und, äh... Im Endeffekt so, Mechons Hobens, wie man es auch immer sagen will. Aber hier ist das gerade noch nicht so deutlich. Kämpfen wir gegen die Xenomos, kämpfen wir, um eine neue Heimat zu haben. Ich finde, da ist noch viel Potenzial drin, was hier noch alles gezeigt werden kann. Bin gespannt zumindest, was man noch erwartet und nun schauen wir uns hier noch mal den Tower an. So, ja, Blade Tower. Wenn wir hier kommen, ist es meistens zu stoppen von Blade HQ. Die höheren Aufs, wie Sekretär Nagy und Kommandär Vandam, werden die meisten ihrer Tage hier spenden. Die Regierungen, auch. Sie sind in der Tower. Die Leute, wie unser neuen Direktor-General, Maurice Chaussain, zum Beispiel. Blades, manchmal, bei der Liederschaft hier, nachdem wir die Schlüssel-Geräusche haben. Sie wollen, dass du diesen Ort erinnerst. Und das ist es für unsere Tour. Also, was du denkst? Ein ziemlich tolles Setup, nicht wahr? Du kannst nicht warten, um die Blade zu sein, nicht wahr? Okay, Linh, wirklich, das ist genug. Wir sind nicht hier, um eine Verkaufung zu machen. Wir wollen nur, dass du alle Fakten haben möchtest, damit du eine informierte Entscheidung zu uns, oder nicht. Jetzt, dass du gesehen hast, wo und wie wir arbeiten, hoffentlich hat es eine gute Impression gemacht. Aber deine Entscheidung wird nur so. Deine Entscheidung. In any case, let's head back to the barracks. Sekretär Nagy will be waiting. Okay, gut, das war Axel-Table. Damit konnte ich leben. Das war eine Aufgabe, die ich wirklich hier schaffen konnte. So, speichern wir. Und dann geht's auch schon wieder zurück. Ach komm, Leute. Ich will doch einfach nur so einen Roboter-Scale-Mekon. Nennt ihn von mir, so wie die Dinger aus Pacific Rim. Hauptsache, ich will in so einem fetten Roboter und damit alles weghauen. Das ist mein Ziel, Leute. Und das ist meine Motivation hier. Scale by zu drehen. Äh, Scale. Äh, hier. Blade by zu drehen. Und weil der Name Blade mal echt ein cooler Name ist. Ey, man. Auch wenn sie keine Vampirjäger sind, trotzdem nicht schlecht. Gut, dann hüpfen wir. Ach, Leute. Man kann sich immer so schön draufhüpfen. Finde ich sehr nett. Dass man da nicht irgendwie so langweilige und unsichtbare Wände gemacht hat. Sondern, dass man hier wirklich richtig cool rumhüpfen kann. Allein deswegen ist es schon ein super Spiel. So, ähm. Wartet mal. Hier bin ich zu weit. Entschuldigung. Da sollten die Quartiere sein. Gut. Dann, ja. Schauen wir mal wieder hier beim Mr. Nagy vorbei. Und, ich denke, jetzt wird uns hier mal alles, äh, unsere Registrierung und alles mögliche nochmal gemacht. Und dann sind wir ein aufwärtses Bad McLean. Ich würde sagen, gleich am Anfang haben wir uns so gut geschlagen, dass wir so einen Scale bekommen. Ja. 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 natürlich nicht seht, aber ihr müsst euch jetzt vorstellen, jetzt wird mir eine Karte mit diesen Segmenten, die wir jetzt auch vorgesehen haben, wird mir jetzt auch auf meinem Gamepad hier gezeigt, auf dem coolen Wii U Gamepad. Sehr gut übrigens, die kleine hier, natürlich erstmal geht zur Bar. Finde ich super und keinen Sturz. Naja, gut, dann haben wir auch unseren ersten Auftrag, wir sind nun bei Blade und ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir dann auch hier direkt starten und diese Saison installieren. Doch, bevor wir das angehen, machen wir erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich sehe Black Chronicles X, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!